so heringstage beginnen schmalfeld kleine forellen 400 500 600 gramm maximal dafür masse 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 ohne ende die heringstage werden diese woche gehen also sprich ab heute und dann werden die heringstage bis nächste woche donnerstag gehen wir haben euch den fisch so um die ohren jetzt und dann fangen wir wieder an mit unserer artenvielfalt dann gibt es wieder gold forellen dann gibt es wieder lachs forellen dann gibt es wieder regenbogen forellen dann gibt es wieder seiblinge dann gibt es die forellen absolute artenvielfalt forellen sich mal fällt aber jetzt sind wir erstmal hier bei den heringstagen und wie man sehen kann helder ist komplett randvoll riesengroße lieferung also das wochenende ist safe für euch und da wird sich der ein oder andere umgucken was da alles geht also ihr wisst bescheid ich weiß bescheid die fische wissen auch bescheid und dann sieht man sich